Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Morgen liebe Kinder, ich habe eure Klassenarbeit und ich muss sagen, die ist ganz gut ausgefallen. Aber es gibt eine 6! Stich! Ey, ich habe safe eine 6, ich habe gar nicht gelernt, aber ich weiß gar nicht mehr aus. Jetzt, ich dachte es wird eine 6! Hat eine 4 minus, war ja gar nicht schwer! Keine Schläge mehr! Bestanden! Stopp! Das ist gar nicht deine Klausur! Das ist deine, du hast eine 6! Oh, ich hab doch ne 6! Jetzt werd ich nicht versetzt! Auf wofür steck ich mich denn jetzt? Rob hat mich schon verpasst! Morgen liebe Kinder, ich habe eure Klassenarbeit und ich muss sagen, die ist ganz gut ausgefallen. Aber! Aber! Es gibt eine 6! Stich! Ey, ich habe safe eine 6, ich hab gar nicht gelernt, aber ich weiß gar nicht mehr aus. Stich! Ey, ich hab dich angewiesen. Ey! Yes! Ich Dacht es wird eine 6! Hat eine 4 minus, war ja gar nicht schwer! Keine Schläge mehr! Bestanden! Stopp! Das ist gar nicht deine Klausur! Das ist deine! Du hast eine 6! Oh, ich hab doch ne 6! Jetzt werd ich nicht versetzt! Auf wofür steck ich mich denn jetzt? Rob hat mich schon verpasst!